Super Nachrichten für alle Rentner. Unser Rentenminister Hubertus Heil erwartet einen kräftigen Rentenanstieg zum 1.7.2024. Große Rentenerhöhung erwartet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich kann es gar nicht glauben, aber unser Rentenminister Hubertus Heil von der SPD prognostiziert für das Jahr 2024, ich zeige es dir mal, diesen Herrn kennen Sie, einen kräftigen Rentenanstieg über die aktuelle Inflationsrate von 2,9% voraus. Meine Damen und Herren, er sagt, er geht davon aus, dass die Rentenerhöhung im vergangenen Jahr auch nicht gering war, aber hinter der Inflationsrate zurückgeblieben ist und die sinkt ja jetzt glücklicherweise und er geht davon aus, dass es eine höhere, eine kräftige Rentenerhöhung gibt und er sagt auch, das ist ganz wichtig, das habe ich auch immer gesagt, es gab kräftige Lohnabschlüsse im Jahr 2023. Das heißt also, der Lohnindex lag da irgendwo bei 6% und erste Schätzungen machen unseren Rentenminister wirklich zuversichtlich, dass es zum 1. Juli wieder einen kräftigen Rentenanstieg geben wird und er sagt auch, dass die Rentenbeiträge wohl stabil bleiben. Meine Damen und Herren, ich will mal noch einen draufsetzen, die Bild-Zeitung formuliert es sogar noch drastischer, heftiger Anstieg seit 2022, 11% mehr Rente. Meine Damen und Herren, ob es so kommen wird, ich wage es zu bezweifeln, aber ich bin doch froh und optimistisch, dass wir eine höhere Rente bekommen werden, also deutlich mehr als 3,5%. Aber letzten Endes, es ist ein spannendes Warten bis Ende März 2023, 2024, bis die Zahlen wirklich, bis die realen Zahlen auf dem Tisch liegen. Bis dahin können wir sozusagen immer noch frisch, fromm, fröhlich, frei uns sozusagen in Spannung warten und auch schätzen und auch einfach prognostizieren und uns auch das wünschen. Meine Damen und Herren, dass es eine kräftige Rentenerhöhung gibt. Ich auf jeden Fall, Rentenberater Peter Knöppel, wünsche allen Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland eine richtig dicke, fette Rentenerhöhung, denn Sie, meine Damen und Herren, Sie, diese 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben es sich wirklich nach den Jahren der Inflation, nach den Jahren der teuren Preise wirklich redlich verdient, dass Sie hier auch ein bisschen ordentlich Rentenkohle in die Kasse eingespült kriegen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, spekulieren Sie weiter, wenn es Neuigkeiten gibt, bin ich natürlich wieder für Sie da und werde frisch, fromm, fröhlich, frei zu diesem Thema berichten, bis wir dann Mitte, Ende März 2024 die Zahlen auf dem Tisch haben und dann können wir nicht mehr spekulieren. Ich wünsche eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.